Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Nioh. Hoffentlich geht's heute diesen Burschen da an den Kragen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich zu denen hinkomme, weil ich meine, da wo der Typ da rumdackelt, da war ich schon. Das ist... Ja, 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 an den Schleim erinnere ich mich. Okay, da war ich schon. Muss man einfach zu ihnen runterjumpen irgendwie? Mach ich mal. Ja, okay. Und wie soll ich ihn angreifen? Der kleine Zeh ist zehnmal so groß wie ich von ihm. Okay, wie soll das funktionieren? Mit Super Attack bestimmt. Ah, also die Füße sehen schon so aus, als ob man den richtig schön auf die Ommel geben kann. Oh Gott. Das dauert zehntausend Stunden. Erfolge. Bin ich hier sicher? Was macht der da? Passiert nix, okay. Dann kann ich meine Attack aufladen. Okay, Hansu hat irgendwas gemacht. Aber das bleibt anscheinend auch so. Ich nutze mal die Zeit, die ich habe, um die Special Attack aufzuladen. Also er hat da in der Mitte... Nee, er steht irgendwann auf. Okay. Hau ab, du Scheißvieh. What the fuck? Okay, wenn er mich trifft, dann gehen die Lichter aus. So, ich hoffe, ich komme jetzt schnell zu denen hin. Ich versuch's mal einfach. Kann ich einfach runterspringen hier? Ja, kann ich. Ich versuch's. Ich bin der Kieler. Ich werde den Kieler beherrschlag. Ich werde den Kieler aufbauen. Warte mal, weg! Kann ich das Ding jetzt angreifen hier? Ich komme in den Hauptkadaver gar nicht dran. Ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt steht er auf. Ich gehe mal hier hin. So, ein Fuß ist angegriffen. Lass mich hier verdrehen, Mann! Ich greife die Hand mal weiter an. Wie komme ich an? Kann ich das mit dem Bogen einfach machen? Oder hier den Kopf? Ah, Moment! Ah, du kannst den Kopf von hier oben angreifen! Jetzt check ich's! Du musst da hochlaufen, dann! Hallo, wie seht die Füße an? Kann das sein, dass ich seine Füße nicht mehr als Schwachpunkt nutzen kann? Ja, du musst die ganzen Körperteile wahrscheinlich ausschalten. Aua! So, wie mache ich das am günstigsten? Wie komme ich an seine anderen Körperteile denn dran? Habe ich Zeit, mit dem Bogen zu schießen? Ah, seine Hand kommt hier vorne hin! Ah, scheiße! Ah, scheiße! Okay, Hanzo! Mach' ihn platt! Hä, ich muss da oben hin? Wie komme ich denn da oben hin? Da muss man doch irgendwie hinkommen können, oder? Wo seine Schäde liegt? Ich check' nicht, wie ich zu seinen Schädeln hinkomme! Das ist hier der oberste Punkt! Ah, von hier! Der muss weg! Hier nach oben! Nach ganz oben! Hier bin ich dann ganz oben, ne? So, jetzt muss ich irgendwie wieder ein Körperteil angreifen! Ist das seine Hand, die... Ne, ist seine Hand, die tot ist! Die andere... ...hand kann ich wahrscheinlich angreifen! Dann greife ich mit Pfeil und Bogen seinen Brustkorb an! Ah, wasser? Ah, wasser? Ah, der Respond! Das ist ja noch nerf, egal! Ja, moin! Okay Ich muss so schnell es geht Zu den Füßen hin Einen Fuß umhauen Und dann den Kopf Mein Kopf wird er halt Bestimmt richtig auf die Fresse kriegen Und das ohne die Special Attack Einfach so normal Die Special Attack muss ich mir für den Kopf aufsparen Entschuldigung Leute So Jetzt ein bisschen schneller orientieren Svenny Wir müssen nach ganz oben So So Jetzt kriegst du auf die Fresse Das war nicht so schlecht ne Das war fast eine halbe Lebensenergie Jetzt müssen wir bloß wieder ein bisschen Auf Zeit Ja ich nehme Elixier Das ist mir zu unsicher Ein bisschen auf Zeit spielen Ich muss meine Special Attack voll machen Ja ein Hieb kann ich mir erlauben Okay Ich muss ihn dreimal downhauen Und dann ist er weg So Der ist halt ein bisschen Nerve Ja man So Das war knapp Ich darf hier nicht so viel Energie verlieren Mann Aber ich werde im Notfall ne Schenguku-Mulizin nehmen Mann ey Fucking Ausdauer war alle Ich bin hoffloslos orientierungslos gerade Ich weiß jetzt wie er funktioniert Deswegen Auf in die Schlacht Ja natürlich Ich ausdauer alle Und er springt hoch Oh Junge er nervt Boah So, so Feeling geben, wie es geht. So, jetzt machen wir dich platt, ich habe gesagt, jetzt machen wir dich platt, du nervst nämlich. So, jetzt werden wir mal ein bisschen passiver. Der Fuß ist fast Schrott, ich muss meine Energie jetzt erst aufladen. Lassen wir mal ein bisschen eskalieren. Ja, das kannst du gerne machen. Ah, ich habe den Idioten nicht gesehen. Ach komm schon! Ey, immer weil ich meine scheiß Superattacke aufladen will, aber ich glaube, ohne Superattacke muss ich da oben zum Kopf nicht hingehen. Dann mache ich zu wenig Schaden und meine Ausdauer ist vor allem zu schnell alle. Alles fies machbar. Ich darf bloß nicht immer so unnötige, dumme Treffer kassieren. Vor allem die Fußstampfer tun weh. Eigentlich deutet er das immer an, ne? Ich bin... Als ob! Ich bin nur gegen seinen Fuß gelaufen und habe auf die Fresse bekommen. Lächerlich. Wenigstens hat er sein eigenes kleines Vieh kaputt gehauen. So. Ich habe ein bisschen Orientierung soß. Ich glaube, ich muss da lang. Das ist das? Ich bin nur gegen ihre Fuß gelaufen. Das ist das? Ich bin nur der Bewegung zum Reiß Tiger. Die müssen den Kopf gelaufen und der Nieren, um die Straspie und der Nieren. Es muss dann sein, was ich jetzt aber gleichpuhiger. Ich bin nur der Nieren, um die Erdbeckung für immer wieder. Oh, ich bin nur der Nieren. So. Welche Fresse nicht. So. Sie sind nur der Nieren. Ich bin gerade, ich bin nur der Nieren. Ich bin nur der Nieren, auszulegen. Das hat ein bisschen wehgetan. Ist das der richtige Fuß? Ja. Wir sehen ihn mal an. Ich geh mal hier weg. Dann bin ich auch bei den Fußattacken. Nicht in Reichweite. Nein, ich werde bloß weggefetzt. Von seinen Schlägen. Immer in Bewegung mal bleiben. Junge, sein Fußvolk nervt. Ach komm schon. Das ist, ob ich Zweigtreffer kassiere. Ja, die scheiß Attacke aufladen nervt ein bisschen. Weil ich glaube, ich mache nicht genug Schaden, wenn ich den nicht aufgeladen habe, wenn ich ihn down mache. Wobei, er fällt eigentlich viermal auf die Fresse, ne? Ich habe beide Hände und die Füße halt. Ich damage auch mal beide Füße an. Und ich muss den gierigen Modus abstellen. Wenn ich viermal zugehauen habe, einfach von ihm weggehen. Siehste, wenn man nicht gierig wird, dann klappt das auch besser. Ich bin hier ziemlich falsch. Ich hoffe, oh Gott. Ja. Ich bin da viel zu spät gelandet. Das war nicht gut. Das war jetzt leider gar nicht gut. Na, ich gucke mal, wie viel Schaden ich kriege, wenn ich plattgestampft werde. Wie viel Schaden ich gleich machen werde, wenn ich... Ach Mann, ey. Diese Attacke ist so scheiße, wenn die mich zweimal trifft. Dann bin ich instant tot. Bullshit-Attacke! Genau, stampf ihn platt, ey. Verliere langsam die Geduld mit ihm. Das ist das gleiche wie mit Chima Sarkorn. Der hat halt... Attacken, die einen instant umbringen. Und wenn... Einmal nicht aufgepasst und... Ja, vorbei. Oh, das dauert wieder zu lange. Weil ich ein bisschen unpassend in Arena stehe. Ja. Nicht optimal. Oh, scheiße. Meine Attacke ist gar nicht aufgeladen. Ja, Ausdauer alle. Klasse. So. Jetzt habe ich gesehen, was passiert, wenn die Attacke nicht aufgeladen ist. Macht ungefähr die Hälfte weniger an Schaden. So, wo ist ein anderer Fuß? Alter, dieser scheiß Feuerschäde. Ich habe keine Zeit mehr, um den zu kümmern. Der wird gleich wie so zerstampft. Hoffentlich. So, gehen wir von ihm weg. Der macht wie so gleich den Stampfer. Naja, er ballert durch die Gegend. So, diesmal bin ich einmal rechtzeitig oben. Den da unten lassen wir mal... weg. Okay. Jetzt muss ich auf seine Hände drauf gehen. Vorteil ist, ich habe noch alle acht Elixiere. Nachteil ist, der kann mich instant killen. Der weiß gerade nicht, wo ich bin. Das ist gut. Das war's noch nicht so. Komm, hol deine Flossen hier hin, Mann. Alter, hör auf, diese Scheiße zu spämen. War das hier, wo die Hand war? Angreifen konnte? Die Attacke ist auf jeden Fall voll, was gut ist. Oh Mann, ey. Ja. Ich nehme Heilung. Komm mit deinem Scheiß-Flo. Er will mich doch einfach nur verarschen, oder? Ja, da oben in der Luft. Da soll ich an die Flosse ran. Ich weiß nicht, wie ich die Hände alle kaputt gekriegt habe. Das eine Mal, Leute. Weil er holt die nicht runter. Jedenfalls. Diesen Schlag, den er macht. Hör auf mit dieser Scheiß-Attacke, Mann. Die nervt. Oh, gib mir deine Scheiß-Hände, die ich angreifen kann. Genau. Ja, jetzt kommt die andere Scheiß-Flosse. Ich muss mich einmal kurz heilen. Ja, er nimmt sie so weg. Ich habe noch ein Elixier. Geil. Auf die Hand. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, ich bin rechtzeitig erhoben. Das könnte nämlich vom Energienniveau reichen. Komm schon, mach ihn platt. Ja. Oh nein, ich bin glückliche Medizin zu nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin glückliche Medizin. Oh nein. Ä그래in. Oh, jetzt habe ich 500.000 Amerita. Erstmal alles einsammeln hier. Ist das so, irgendwas Wichtiges? Okay. Handzustand hier eben auch, ne? Ja, kann man mit denen reden? Okay. Nichts so Wichtiges anscheinend. Dann weg hier. Ich will die Mission nicht mehr wiedersehen. Ich mochte sie nicht. What the fuck. Endlose Neemissionen ploppen auf. Es ist vorbei. Ich bete nur, dass die Seen der Toten in Frieden ruhen können, weil ihre Opfer den Weg für den Frieden geebnet hat. Ja, wir können in die nächste Region. Ach so, sind nur zwei neue Neemissionen. Die Tochter des Dämones haben wir und die Beobachter in der Dunkelheit. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ciao, ciao.